Ein Krampus wider Willen und sein dunkles Geheimnis. Und damit herzlich willkommen zu Otannengrauen. Zwölf morbide Weihnachtsgeschichten mit Herz. Krampus, 1851. Während der Rauhnächte, die immer kalt und nebelig waren, wandelten grauenerregende Schreckgestalten durch das Unterholz. Ungetüme in Pelz gewandet mit unheilvoll vertreten Hörnern, die aus ihren Schädeln wucherten. Mit lautem Geschrei und untermalt vom magerschütterten Schellen von Glocken, die sie an ihren Leibern befestigt hatten. Sie durchstreiften die Wälder, Flure und Dörfer und doch, Unheil brachten sie über niemanden, im Gegenteil. Diese Schreckgestalten vertrieben jene Nebel- und Wintergeister, die die Vorräte schrumpfen und Mensch und Tier jämmerlich erfrieren ließen. Sie trieben sie dorthin zurück, von wo sie gekommen waren, auf das sie ein Jahr verbannt blieben. Erst wenn wieder Gefahr drohte, zogen die Mutigsten der Mutigen ihre Pelzgewänder und die schauerlichen Masken über und die Jagd begann von Neuem. Josef lächelte milde, tätschelte dabei dem Rappen vor sich den seidig glänzenden Hals. So war das damals eben, Amadeus. Bevor die Kirche kam und den Brauch für lange Zeit als Hexenkunst verbot. Der Pferdeknecht nahm eine Bürste und begann, die Mähne des Hengstes zu striegeln. Heutzutage ist derlei Brauchtum glücklicherweise wieder erlaubt und in zwei Tagen ist es soweit. Dann zieht der heilige Nikolaus mit dem Krampus und seinen Buttenmandeln wieder von Tür zu Tür, um jene Kinder zu belohnen, die in diesem Jahr artig waren und jene zu bestrafen, die es nicht waren. Das Pferd wierte und schüttelte dabei den Kopf. Der Knecht griff einen leeren Eimer und humpelte zum Wassertrog. Sein rechtes Bein stand dabei in einem eigenartigen Winkel ab und wies eine noch eigenartigere Krümmung bis zum Knie auf. Sein Unterschenkel war in die entgegengesetzte Richtung verbogen. Der Fuß verkrüppelt und viel winziger als der linke. Mein kleiner Kentau hat ihn seiner Mutter liebevoll genannt, bis sie das Fieber dahingerafft hatte an Josefs 13. Geburtstag. Seitdem hatte sein Herr Vater ein schlagfertiges Regiment geführt, das nur Gehorsam oder Strafe kannte. Dass die anderen Kinder Josef nicht mit ähnlich liebevollen Kosenamen wie seine Mutter umschmeichelten, hatte den Knecht eigentlich nie gestört, denn er wusste, dass er etwas Besonderes war, weshalb er die meiste Zeit auch nicht mit Kindern, sondern mit Pferden verbrachte, denn die gaben sich weniger spöttisch. Bis heute. Mit einem Krachen flog plötzlich die Tür zum Stall auf. Der Wind trieb dichtes Schneegestöber herein, das eine beißende Kälte brachte. Die Pferde in den Ställen wurden unruhig. »Entschuldige vielmals«, tönte die tiefe Stimme eines gedrungenen Mannes, die man sogleich eine gewohnte Befehlsgewalt anhörte. Josef kniff die Augen zusammen. »Kam tatsächlich gerade Bürgermeister Franz Forster zum Tor herein?« »Und wer war seine Gefolgschaft?« »Einige Männer aus dem Gemeindeamt, die der Pferdeknecht nicht gut kannte, in Begleitung des Herrn Pfarrer?« Josef strich sich die Weste über dem Wanst glatt, nahm eine aufrechte Haltung ein. Die Köpfe der Männer hoben sich, als sich Josef näherte, der beinahe zwei Meter maß. Bis auf seinen verkrüppelten Fuß strahlte sein Körper eine ungezügelte Rohheit aus, eine urwüchsige Kraft, der man lieber aus dem Weg ging, was die meisten Leute auch taten. Einen weiteren Rums später war das Tor zum Stall wieder geschlossen. Ich hoffe, dass euch die Leseprobe gefallen hat. Wenn ja, dann schenkt sie doch vielleicht euren Lieben zu Weihnachten. Und damit wünsche ich euch eine schöne, nicht allzu stressige Vorweihnachtszeit und ein geruhsames Fest. Herzlichst, euer Bastian Zach.